Wir fliegen ganz weit weg. Rosi, wir müssen jetzt los. Und dann lassen wir uns einfach fallen. Gemeinsam werden wir die Ewigkeit dort leben. Aber zuerst, dass wir zurückkehren. Was ist los, Rosi? Hören wir, Rosi. Da hast du dich gestickt, leider. Nein, 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 nein. Der Buchspieler hat nichts. Ich muss ganz leise sein. Ja, ja, ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Was haben wir denn da? Ein paar Bücher vielleicht einordnen. Ja, hier sieht es gut aus. Goethe, Faust, Sixtus, alles da. So, jetzt gucke ich mal hier nach. Was haben wir denn hier? Ja, ja. Oh, ich muss immer ganz leise sein, meine lieben Leute. Weil sonst allein die im Psychoschock und sind tot und ist alles umsonst. Alle Therapien umsonst. Ja, ja. Tü, 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 tü. Mal gucken hier. Hm, das ist schön. Oh, ihr schlaft schön. Ja, ihr schlaft schön. Ach, herrlich. Entspannt euch, Leute. So, hier sieht ja eigentlich alles so ordentlich aus. Super. So, eine Wendung. So, ich gehe mal zum Computer. Hm, hm. Oh, ihr schlaft schön. Das ist schön, so. Einmal drumherum. Ah, da ist der gute Kasten. Ja. Ach, ihr schlaft aber schön weiter, nicht? Ja, das ist gut. So, jetzt werde ich mal das Ding in Gang schmeißen. Mal gucken, was wir so haben. Oh, Blumenbilder. Hm. Äh, Conchita Wurst. Äh, Felix Baumgarten. Äh, vollge... Äh, Spritz... Äh, Nina Okatis. Äh, Eselpimmel... Mann, was ist das? Äh, Schuhschrankzukleber. Hm, was kann das sein? Och, die schlafen ja noch. Aber, oh, was ist das? Oh, oh, das ist Krebshäfte. Das ist Krebshäfte. Das ist das Wahnsinnig. Das ist ja Krebshäfte. Ich glaube, wir kommen gleich. Oh, ich glaube... Ich muss abwischen. Ach, die schlafen. Das ist mir als Zeit egal. Sollen Sie verricken, die ***? Ich muss meinen Trinkfeilen aufpassen. Oh, ich glaube, ich bin nicht mehr. Oh, Hammerhut. Hammerhut. Nicht Hammerhut, ihr ***. Hammerhut. Ja. Ich bin nämlich so mal verbindert. Oh, Hammerhut. Ich glaube, wir steigen die Säfte zu Kopf. Alter, Hammerhut. wrapping bat. Oh, abstracte. Hoffen Sie. 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 Ich bin Partner. Hoffen Sie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, es werden immer weniger. Siehst du es übernaut? Deine Kinder. Kommt herbei. Kinder der Nacht. Legion der Verdammten. Was zur Hölle. Es sind zu viele. Alleine habe ich keine Chance. Gegen diese Masse an Höllenwesen. Nun gut. Es bleibt nichts anderes übrig. Ich gebe mein Bestes. Kommt schon her. Versucht mich noch zu töten. Verdammt. Wo bleiben Dr. Lange und Chance? Langsam könntet wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Das wird eng. Hey Dr. Lange. Eugen scheint jetzt unsere Hilfe zu brauchen. Mehr. Nun liegt es an uns. Also. Nimm mich und wirf mich hin. Den Rest erledige ich schon. Lass mich fliegen. Herrschnein. Ich bin ein. Das ist nicht so. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Verwalt mich. Ich bin ein. Wer will sie Namen? Wie gesagt, er sah verdammt schwach aus. Wieso schickst du deine schwächsten Handlanger an die vorneste Front, Christopher? Sieh einfach hin, Ulysses. Es ist zu Ende. Grundgütiger. Was ist aus ihm geworden? Du bist es soweit. Wir haben mich endlich von der Last der Gefahren und sie überfreit. Frei von dem Gefallen. Was ist denn das, Männer? Ich bin euch. Ich bin der wahre Sehentag. Das ist noch ein bisschen viel jetzt hier für mich. Um Gottes Willen. Was willst du denn für einer mit der... Oh Gott. Scheiße. Spielt man wahre Kraft. Keine Nachtregion der Verlangen. Oin. Es tut mir leid. Nein. Chance. Wir schützen bitte Koran. Kampflos gebe ich nicht auf. Ich töte so viel ich kann. Ist das alles, was ihr tut. Och. Was hast du getan? Du Schwein. Dafür wirst du Zeit. Dafür wirst du sterben. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Ihr dreckigen Bastarde. Ihr könnt das nur tun. Nein. Für Chance. Für uns alle. Es darf hier nicht enden. Es darf hier nicht enden. Korando. Was war das? Meine Kinder. Wir sind alle verliehen. Wer bist du? Jeff? Ich heiße Jeff. Darum gehen. Darum gehen. Wir sind alle verliehen. Wer bist du? Jeff? Ich heiße 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 Du? Ich weiß nicht alle we�f. Denn du weibelst dich im Ratzaion. Ich befehle jetzt den Ratten. Ja. Ich fliege dir. Ich weiße-alle才 eine Adam-Ledas-M paralle. Ich lacht raus. Die Nacht wird dich verschlimmen. Was passiert nun? Nein. Nein. Wer ist diese Person? Ist das etwa? Nein. Das kann nicht sein. Es ist... Christian.